Moin! Heute kommt das Info-Video zur Echitana in Essen. Und zwar bin ich am Samstag, den 9. März um 14 Uhr da. Und zwar bin ich anzutreffen beim Magic Tech Stand, und zwar Halle 7 Stand H23. Und ich werde euch dann nochmal in die Infobox schreiben, wann ich da bin, also um 14 Uhr am Magic Tech Stand. Aber das könnt ihr einfach alles in der Infobox lesen. Und wenn ihr mich außerhalb von den Fantreffen seht, also einfach rumlaufen seht, dann kommt mich gerne ansprechen. Ich tue euch nichts und traut euch einfach. So, das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es mir ja gerne in die Kommentare schreiben und mir auch einen Daumen nach oben da lassen. Und habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Bye! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.